Um den Anzug und den Sockenlegern her. Gestern probieren wir einen Hörbuch. Das finde ich doch alles, wie soll ich mal sagen. Zum Beispiel, wer hat gestern die Polizei... Wir machen gleich Pause. Du gibst doch wieder mit am Getränke. Wer hat gestern die Polizeirufe einsatzteile gesehen? Stefan Kurth, oder? Peter Kurth. Peter Kurth. Der Schauspieler Sascha Nathar, der diesen pädophilen Mathelehrer gespielt hat. Und der zeigt sich auch, wie klar das deutsche Drehbücher sind. Nach 30 Sekunden waren wir schon im Bild. Und wenn er ein Schild umgehen hätte, ich bin nicht der...